Gezündet. Zündung. 3, 2, 1. Trimpfwerke geschlachtet. Na dann mal ab mit euch. Wir sehen uns auch. Achtung, Polenauernschung. Hier ist Apollo 13. Apollo 13. Wir hören Sie klar und deutlich. Wir verlassen nun den Erdbruch. Hui. Dann schaltet Sie die Lackenstufe 3 und 4. Jetzt auf einen tollen Schuh. Stufen eingeschaltet und auf maximale Leistung. Alles klar. Macht Sie ganz gut. Alles auf heute. Macht euch stark klar. Alle Systeme auf Start. All systems clear. Achtung, Astronauten. Wir zählen die Trimpfwerke. Jetzt kommt die Schwung in die Sache. Achtung, Freunde. Wir drehen richtig auf. Kontiniert den Schandau. Wir laufen jetzt mit dem Rollofehl. Jetzt ist die Flügel. Jetzt ist die Flügel. Jetzt ist die Flügel. Jetzt ist die Flügel. été Flügel. Alles noch? Alles noch? Alles noch? Wir legen einen kurzen Tuschisch auf einen Ende, um die Lage zu checken. Eine kleine Verschaffung für alle, die die Geschwindigkeit nicht zu bevorstehen. Machen wir noch mal eine gute Runde. Alles wieder? Alles wieder?